Herzlich Willkommen zu den Camp-Tipps! Tipp 1 Schützt euch vor der Sonne. Trinkt ausreichend Wasser. Überall auf dem Camp gibt es kostenlose Wasserstationen. Tipp 2 Frag, bevor du Fotos von anderen machst. Sprich die Presse an, wenn du nicht auf Bildern sein möchtest. Tipp 3 Pass auf deinen Kram auf. Lass deine Sachen nicht rumliegen. Tipp 4 Bist unsicher? Du wurdest bedroht? Du brauchst Hilfe? Frag, wo geht's nach Panama? Tipp 5 Offenes Feuer ist auf dem Camp nicht gestattet. Tipp 6 Von 1 Uhr bis 7 Uhr ist Nachtruhe. Tipp 7 GWS, Presse, Layuteam und den Campnachtdienst erkennst du an den blauen Shirts. Tipp 8 Folge uns auf Instagram, um nichts mehr zu verpassen. Tipp 9 Habt Spaß auf dem Camp. Tipp 9